Kapitel 1 Guten Tag Aufgabe 2b Dialoge 1 Hallo, ich heiße Valentin. Und wer bist du? Hallo Valentin, ich bin Kilian. Entschuldigung, wie heißt du? Kilian 2 Hallo Conny. Hallo Jakob, wie geht's? Sehr gut, danke. Und dir? Auch gut, danke. Aufgabe 3d Dialoge 1 Guten Abend, ich bin Peer Klausen. Und wie ist ihr Name? Ich bin Susanne Müller. 2 Hallo, ich heiße Thomas. Und wer bist du? Maja Entschuldigung, wie heißt du? Maja. Ich heiße Maja. 3 Hey, hallo Julia. Wie geht's denn? Sehr gut. Und dir? Auch gut, danke. 4 Guten Morgen, Herr Schmidt. Das ist mein Kollege Felix Winter. Guten Morgen, Herr Winter. Aufgabe 4c Fragen 1 Mein Name ist Emma Reiter. Und wie heißen Sie? 2 Ich komme aus Deutschland. Woher kommen Sie? 3 Ich wohne in Hamburg. Und Sie? Aufgabe 6b Zahlen 2 2 4 6 8 1 3 6 10 7 7 5 10 8 13 10 10 6 7 10 10 11 Hallo, dies ist der Anschluss von Leo Meier. Nachrichten bitte nach dem Piep. Danke. Ja, hallo Leo, hier ist Pia. Ruf mich doch so bald wie möglich zurück. Meine neue Nummer ist 3489 679. Bis dann. Tschüss. Frau Schmidt, rufen Sie doch bitte den neuen Lieferanten an. Die Nummer ist 56 12 14. Ja, Moment, das mache ich sofort. Du, Franzi, gib mir doch mal die Handynummer von Kati. Ja, warte, das ist die 0174 90 34 8904. Haben Sie vielleicht die Telefonnummer von Frau Eckert? Ja, die Nummer ist 79 84 1435. Danke. Aufgabe 7a Wie heißen die Leute? 1 Wie heißt du? Paola. Kannst du das buchstabieren? P-A-O-L-A Können Sie das buchstabieren, bitte? M-A-Y-E-R Guten Tag, mein Name ist Johansson. Können Sie das bitte buchstabieren? J-O-H-A-N-S-O-N 4 Hallo, ich bin Korbinian. Wie heißt du? Kannst du das buchstabieren? K-O-R-B-I-N-I-A-N Aufgabe 8e Ergänzen Sie die Informationen 1 Mein Name ist Lorena Steiner. Ich komme aus der Schweiz und wohne in Zürich. Ich spreche Deutsch, Französisch und ein bisschen Italienisch. 2 Also, ich heiße Max Schneidmann und komme aus Österreich. Ich wohne in Wien und ich spreche Deutsch und Englisch.